So, ich möchte euch begrüßen zu einem neuen Projekt, Zwischenprojekt von mir, Mario, nennt sich das. Es ist ein Mix aus zwei Genres. Das erste ist Portal, viele kennen es wahrscheinlich, ziemlich gutes Game, was ich selbst gespielt habe, zumindest den zweiten Teil im Multiplayer, und dem berühmten Mario, was man sich ableiten kann. Ja, ein Mix aus beiden Genres, wurde hier vereint, das Game wurde gerade erst veröffentlicht, und ja, es wurde angeworben, und ich habe es mal ausprobiert, und ich fand es gar nicht schlecht, zumindest die ersten paar Sequenzen, und da werden wir uns jetzt mal durchschlagen. Ihr könnt hier sehen, es gibt verschiedene Maps, ihr könnt euch eigene Maps erstellen, hier gibt es einmal die klassischen Maps mit der Portal Gun, da könnt ihr euch da rumkloppen, und hier die Portal Look, und den möchte ich gerne jetzt erstmal Let's Playen. Dann steigen wir mal ein. Es gibt die typische Musik, genau, und Mario in der Portal Umgebung, was ich ziemlich geil finde. Und mit, äh, springen können wir mit Leertaste die Portale machen, mit Rechts- und Linksklick, muss ich sagen, für diejenigen, die nicht wissen, was so ein Portal ist, das ist ein Durchgang zum anderen Portal. Das heißt, wenn ich da und da eins schieße, und da reingehe, dann komme ich da wieder raus. Ähm, das ist die Portal Logik, also das ist das, ähm, Spielgeschehen von Portal. Mario ist hier jetzt in diesem Map Pack eher Protagonist, eher so der Antagonist sogar. Okay, diesen Kubus gab es auch aus dem Portal Spiel, und da gab es auch diese Rätsel, deswegen finde ich das ziemlich geil. So, und jetzt kommen wir in den ersten Raum. Das war scheinbar Raum 0. Hier fängt der erste richtige Raum an. Wir haben hier zwei Türen, durch die wir nicht durchkommen. Den Kubus, den wir auf einen dieser beiden Schalter legen können. Dazu müssen wir uns ja dann erstmal holen. Holen können wir uns übrigens mit E. Und übrigens springen geht auch, also schnell laufen geht auch, mit Shift, halten. So, und jetzt bringen wir diesen Kubus da oben hin. Können aber nicht schießen, werden wir den halten, was ein bisschen schade ist, finde ich. Aber okay. Legen wir den da ab und gehen hier drauf, dann können wir hier im Portal hinschießen, weil sonst kämen wir nicht durch. Wir müssten dann hier noch eins hinschießen und dann können wir hier sofort hier hin. Also das Prinzip von Portal ist schon ziemlich genial gewesen. Und bis heute innovativ in sich. Es gibt kein vergleichbares Game, was diese Mechanik nutzt. Außer eben jetzt hier so Flash. Ja, ich nenne es mal ein Flash Game. Indie Game, vielleicht Indie Game. So, jetzt haben wir hier auch aus Portal 2 diesen Laserstrahl. Vielleicht kennt ihn jemand, der jetzt Portal gespielt hat. Von Mario ja eher nicht so bekannt. So, den Portal. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir auflösen. Wir können die Portale auflösen und zwar beide mit der Taste R. Solange man nichts verändert hat. Jetzt holen wir uns da oben diesen Kubus. Boah, das war knapp. Mit dem können wir jetzt hier diesen Laser. Genau. Können wir jetzt zumachen. Ja, ich nehme es in den Gipsen mir nochmal. Kann man den ein bisschen vielleicht irgendwie werfen oder sowas? Äh, scheint nicht so. Kannst du bitte, bitte, komm. Also ich möchte nicht sterben, weil in diesem Laser kann man durchaus sterben. Okay, passt schon. Warum? Zeige ich euch. Wir können einen Laser, ein Portal hierhin machen und eins dorthin. Dann schwappt er so hin und her. Und im richtigen Moment jetzt die Portale aufzulösen. Und zwar jetzt. Perfekt. Jetzt schieben wir den ganz nah an den Laser ran. Ganz nah. Dann können wir auch nicht kaputt gehen, weil der tötet und sonst. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir zum Beispiel da reinkommen. Perfekt. Klappt also. Ähm, das müssen wir jetzt gleich nochmal machen. Und zwar, wenn der Laser da wieder aktiv ist. Komm mal her. Perfekt. Und jetzt müssen wir das schaffen. Ohne. Hehe. Na komm. Ja, perfekt. Optimal. Sehr geil. Oh. Moment mal. Hehe. Hehe. Komm. Kommst du her? Irgendwie? So? Ähm, ja. Ne? Ach so. Sehr geil. Sehr nice. Richtig gut. Also das war jetzt auch die erste Szene. Hier in dem Raum, wo ich gerade war. Den ich selbst noch nicht ausprobiert hatte. Das hier habe ich ausprobiert. So. Geil. Richtig gut. Also wie ihr seht, wir können wirklich durchgehen. Jetzt schnappen wir uns nochmal das Ganze. Hier das Prozedere. Das ist immer so in Welten aufgeteilt. Wie bei Mario Browsers. Also es hat Eigenarten von Porte und Eigenarten von Mario. Das hier sind ein paar Elemente von Mario, die dann doch übernommen werden. Da oben kommen wir auch dran. Nehmen wir uns mit. Schmeißen wir ab. Das war ein bisschen riskant, aber es hat geklappt. Sogar so geil, dass wir den jetzt einfach schieben können. Richtig gut. So, jetzt gehen wir hier. Schauen wir mal, dass wir uns sehen. What the fuck. What? Yo. Na? Mhm. So viel dazu. Da können wir auch nicht so einfach drum rum. Ach, verdammt. Das haben natürlich, ja, die Entwickler nicht bedacht, dass man sich hier natürlich auch Fallen stellen kann. Ja, vor lauter Frust hier schon diese, ja gut, hat keinen Zweck. Ihr seht, wir haben auch Time Null. Das heißt, es gibt hier kein Time Limit. Was höchstwahrscheinlich natürlich in der Brows-Fassung dann ja auch geben wird. Jetzt müssen wir es übrigens schaffen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich meine ja schon, dass wir jetzt noch Null Leben haben. Das heißt, keinmal mehr sterben, sonst dürfen wir alles nochmal machen. Das muss nicht sein. Komm, gib her. Gib her das Teil. Okay, machen wir das doch wieder auf die altmodische Art. Einmal so. Und einmal so. Perfekt. Wenn alles so schnell klappen würde. Jetzt muss ich mir echt Gedanken machen, wie ich das mache. Ähm, jau. Ich kann schon mal ein Porto da hin machen. Ah, Moment. Ah ja. So, ah ja, ist es gar nicht, ne? Oh, fuck. Also, hier kann ich ja hinsch... Hier wäre ich jetzt gestorben, wenn der Laser da gewesen wäre. Hm, muss ja hier. Keine Ahnung warum. Aber irgendwas sagt mir, dass das da ganz gut stände. Na, ist sogar gut. Jetzt muss ich das nur noch im richtigen Moment aktivieren, deaktivieren, so. Ah, komm bitte. Jawoll. Ha, ekel, es hat geklappt. Ah, I like it. I like that. Wobei ich sagen muss, das wäre echt knapp. Was da alles schief hätte gehen können. Ha, echt krass. Aber vom Aufbau und von der Entwicklung echt super. Ich hoffe mal... Oh, ah, sogar dieses Element haben sie übernommen. Wie genial ist das? Ich meine, ich habe ja Porto, wie gesagt, gespielt. Und da kennen hier diese Elemente dann wieder. Genial. Wenn man hier drauf springt, kann man... Was kann man eigentlich dann? Sehr gute Frage. Ähm, es gibt ja mehrere Arten von Blasen. Probieren wir einfach mal aus hier. Ich glaube, man wird schnell, man kann hochspringen. Was kann man denn? Hä? Aha. Man tischt auf. Auch sehr geil. Ähm. Mal da. Und einmal da. Gut. Sehr geil. Noch nicht so geil wie... Ja, jetzt. Jetzt müsste es klappen. Mhm. Ja, so klappt das auch. So klappt es auch mit den Nachbarn, Freunde. So klappt es auch mit den Nachbarn. Was ist denn hier? Ah, okay. Ich sehe schon. Guck mal her. Perfekt. Könnte ich auch lösen. Ich glaube, das war es schon. Jo. Der Raum, der war einfach. Also ich frage mich, was da jetzt alles noch kommt. Bei den... Äh, die Räume, die alle jetzt kommen und die seit dem zweiten Raum jetzt kamen, kenne ich alle nicht mehr. Das war auf jeden Fall leichter als der zweite Raum. Oh. Jetzt wird es gruselig. Ähm. Zumal ich schon nicht rauskomme. Kann ich hier... Jawohl. Mit Anlauf. Okay. Ähm. Der Laser ist da. Das ist... Ich liebe dieses Portal, weil es so rätselhaftig ist. Das Tor geht auf. Das heißt, der Kubus, der da liegt, muss auf den... drauf. Das heißt, hier können wir natürlich ein Portal theoretisch hinmachen, wenn er wollte. Ach nur. Sie haben sogar das so jemand übernommen. Finde ich richtig genial. Wenn wir hier ein Portal hinmachen und durch diese Wand gehen, gehen unsere ganzen Portale weg. Automatisch. Können wir nichts dran machen. Ähm. Tut sich mir die Frage auf, was ich speziell hier machen kann. Komm noch mal raus. Okay. Ähm. Hier ist auf jeden Fall ein Portal. Das ist ja nicht ohne Grund da. Kann ich nichts hinmachen. Also nur da, wo hier diese grüne Fläche zu sehen ist. Und vor allem diese weißen. Ich kann springen. Theoretisch. Dann springe ich aber in den Laser rein. Das wäre epic fail. Yo. Bisher bin ich sprachlos. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Wir haben keine Möglichkeit, diesen Laser hier abzu... Ne, haben wir nicht. Und das macht nur dieses Tor da auf. Wozu ist dann dieser Würfel da oben da? Ah. Ich hab's. Ich hab's. Freunde, ich hab's. Ähm. Machen wir das nochmal? Okay. Wie komme ich nochmal hoch? So. Ich habe die Lösung, Freunde, der Nacht. So. So. Und jetzt komm. Wow. Habe ich jetzt nur Leben? Große Frage. Ja. Aha. Seid ihr des Wahnsinns? Okay, Leute. Es geht trotzdem weiter. Jo, Leute. Ähm. Das Spiel schmeißt man anscheinendbar so ganz raus. Wie es üblich war bei Mario Bros. Und man darf alles nochmal machen. Hm. Schön, was sich Entwickler heutzutage auch noch ausdenken können. Okay. Hm. Ich glaub, hier bin ich so ja... Ja, hier bin ich ja sogar gestorben. Oh, warte. Hä? Ach so. Man fliegt da durch. Er sagt das doch mal vorher. Dann hätte ich mich gar nicht töten müssen. Okay, gut, dass ich da irgendwie jetzt hing. Hi. Komm mal her. Danke. Wow. Gehst du kaputt? Wie beporte, wenn ich dich da durchschmeiße? Ich gehe sowas von stark aus. Sonst wäre da auch nicht... Kann ich da drauf schießen? Moment. Nee, kann ich nicht. Ich muss riskieren. Okay. Scheiß! Auch an das haben sie gedacht. Ach, leck doch. Ich dachte jetzt echt, dass wir, äh, dass ich, ja, dass wir etwas nicht bedacht hätten. Also haben wir alles bedacht. Selbst die Stärke des Lasers, ey. Yo, zwei Leben. Mit zwei Leben soll ich hier noch... Ah, ich frag mich allerdings, ob es einen Checkpoint oder sowas gibt. Das wäre natürlich episch, wenn es so ein Checkpoint-artiges Zeug gäbe. Also, so... Ach, ich vergesse das hier jetzt mal. Okay. Gut. Könnt ihr mal bitte? Fuck, jetzt habe ich meinen Schwung weg. Ja, so ist es nämlich. Na gut. Ich muss relativ so... Ja. Ja. Hm. Oh, ich sehe sogar da unten sind, ähm, noch weitere Teile als das Porte. Ziemlich geil. Nur, da müssen wir erstmal hinkommen. Richtig cool. Hm. Ah ja, jetzt, jetzt habe ich es. Das ist ja immer noch eine Wand. Kann man sich ja so fallen lassen. Ah, jetzt muss ich das richtige Portal nehmen. Ich glaube, das. Das muss ich vor allem treffen. Ich habe immer nur eine kleine Chance, wie man sieht. Äh, verliere ich gerade einen Schwung? Das ist ja voll doch. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, gut. Es hat noch irgendwie ge... Ja, mhm. Jetzt aber... Jawohl. Yo. Noch ganz nett. Gib mir mal den... Gut. Jetzt springen wir mal weg hier. Jetzt machen die das Portal da aus. Jetzt lege ich es dir mal weg. Ähm. Yo. Yo. Echt nice. Wie bekomme ich diesen Würfel jetzt doch drüber? So kann ich keine... Hm. Das geht weg. Yo. Das ist etwas kritisch. Also wir haben hier diese ganzen Flächen, die wir hier... Wir sehen, die Würfel können wir noch nicht mal mitnehmen. Es muss also hier was mit zu tun haben. Ich setze einfach mal hier oben ein Portal. Ein Portal. Ich wollte schon Portal sagen. Und dann habe ich doch Portal gesagt. Ähm. Okay. Was bringt mir das? Was bringt mir die Null? Nada. Niente. Nix. Nada. Hatte ich doch schon. Okay. Hm. Würde mir das theoretisch was bringen, wenn da ein Portal wäre? Ne. Das würde mir gar nichts bringen. Moment. Was brachte der Schalter? Der machte das auf. Das bringt mir ja auch nichts, den dahin zu schieben. Was sollte es mir bringen? Dahinter ist die Wand. Kritisch. Aber sehr geil. Gefällt mir außerordentlich gut. Ich kann diese Beams hier auch nicht umleiten. Das ist nur eine Barriere. Zumindest soll es eine Barriere darstellen. Was mich stört, ist, dass man hier ein Portal machen kann. Es ist klar, dass das nicht ohne Grund da ist. Und scheiße, ich habe die Lösung entdeckt. Kommst du mal her. Das ist jetzt echt kacke. Weil das sind leider so Glänigkeiten, wo man, wo man dann anmerkt, dass es ein Flechtspiel ist. Na, ich sollte vielleicht den Würfel mitnehmen. Es ist nämlich gar nicht gedacht, dass man den Würfel da rausnimmt. Ah, verdammt. Komm nochmal her. Hallo? Komm! Es ist nicht gedacht, dass man den da rausnimmt. Okay. Jawoll, ja. Okay. Ähm. Jau. Hat mir das was irgendwas... ...gebracht? Was weltbewegend ist, was ich vorher nicht konnte? Außer sterben. Richtig episch. Richtig, richtig episch. Ach, geil. Richtig gut. Jo, Game Over hier, ne? Ähm. Okay. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Okay. Neue Chance, neues Glück. Willkommen. In der... ...Bag. Kann ich da durchschießen? Ich kann da durchschießen, aber mein Portal ist dann weg. Und hier durchschießen? Ne. Geht nicht. Das ist echt ein richtig kniffliges Rätsel. Wie soll denn das gehen? Also, wir haben auf jeden Fall ja den Würfel dort. Der muss da auf jeden Fall weg und da zum Schalter. Das ist schon mal klar. Dann haben wir hier die Barrieren. Wenn wir den Würfel rausholen, könnten wir ihn hier reinfallen lassen, theoretisch. Dann könnten wir aber nicht... Können nicht gleichzeitig das hier und gleichzeitig noch woanders ein Portal machen. Ne, geht das. Ne, geht nicht. Wir kommen raus. Kommen wir auch nicht. Ne. Hier war ja wie gesagt, das Portal geht auf. Also, Respekt Entwickler. Ähm. Hier habt ihr euch echt übertroffen. Wo ich Pachter 2 gespielt habe im Multiplayer, habe ich gerade keinen Plan. Und das war wieder extrem knapp. Ich komme ja nicht dran. Das wäre was anderes. So, haben wir den. Löse ich die auf. Ich komme nicht durch diese Teile durch. Nein. Nicht wirklich. Ich kann nicht schießen. Bis ich durch diese Mauer bin. Boah. Heilige. Nicht mit... Was mich immer noch stört, ist, dass da oben so... Ohne Wand ist. Die ist auch nicht ohne Grund da. Ich gehe mal weiter. Okay. Alter. Richtig gut. Wie man immer aus dem Bildschirm rauskriegt. Wie man es dreht und wendet. Achso. Na, dann ist klar. Ja, sorry. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Dass man durch diese Portal Sachen durchschießen kann. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob man das wirklich konnte. Auf jeden Fall kann man es. So ein Portal da. Und eins da und schon ist die Sache geritzt. Ja. Das war der ganze Trick der Reihe. Willkommen im neuen... Ist das ein Schalter? Es ist ein Schalter. Schalter. Ja.